ja sonne scheint aber sehr schwankend mal hell mal dunkel dann wieder hell und danach kommt der dunkel voll komisch ja so ist das wetter halt bleibt nicht dauerhaft hell immer sehr kurios und komisch eine frage marcel wie alt bist du ich bin knackige 34 aber sowas von knackige 34 das geht ja nicht knackiger was macht jetzt da für den text warum dankeschön dahlian 187 haut 10 bits raus seni gidi finde kiran jelani dilligenden zikaran kader im sehr 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 schön dahlian dankeschön für die 10 wird zwar wenigsten 10 jahren ziehen ich glaube ich muss so eine nachricht mal ein bisschen erhöhen mit den bits dass man die erst ab 50 machen kann muss sich auch lohnen clip nix ohne gibt es blockdach und dann gehe ich mal kurz was klo besuchen weil die rufen gerade was ich dann irgendein feuer löschen sollen das brennt auf toilette muss ich mal eben kurz löschen schnell wir sind gerade auf minecraft server sagt mal uvo im stöhnen gut so leute ja klip 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 wir haben uns beide diesen punch gegeben alter falter der war gut gewesen seit wann hast du keinen roten namen mehr naja seitdem ich mit der frau vom chef geschlafen habe von stumble guys haben sie mit den roten namen entzogen wurde erwischt leider war auch mein fehler nein ich hatte noch hatte den roten namen nur wegen mod damals aber ich benutze die mod dann nicht mehr bodenlos diese map nee die ist geil so Marcel gib mod wenn du nicht ähm gibts schmeckt dünner nach karton echt ok aha aber ist doch auch gut oder wenn man so einen anderen geschmack hat oder nicht also mich würde schon mal interessieren so dünner mit kartongeschmack nö nö bleibt bleibt so ab die alles gut hehehe boom ah memo ist echt schlecht geworden da habe ich da richtig eine reingezimmert ey da habe ich ja den richtig eine reingezimmert ey oh scheiße rip bam bam da habe ich 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 da habe